Es ist soweit. Die ersten detaillierten Aufnahmen von dem weitest entfernten, je aus der Nähe fotografierten Objekt. Und genau diese Aufnahmen wird es jetzt zu sehen geben. Wie sieht ein solches Objekt im Pulpergürtel, dem Asteroidengürtel, rund um unser Sonnensystem aus? 6,4 Milliarden Kilometer entfernt und das ist eine absolute Weltpremiere. Jetzt bei Clixoom Science & Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal nur, dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Die große Frage ist, was ist das für ein seltsames Objekt? Wir hatten es gestern berichtet, beim Vorbeiziehen an Sterne machte das Objekt etwas sehr seltsames. Es ist rund 30 Kilometer lang und hat eine sehr seltsame Form. Das wurde 2017 und 2018 festgestellt. Mit zahlreichen Teleskopen wurde dabei die Flugbahn von Ultima Thule beobachtet, oder wie die korrekte Bezeichnung ist, 2014 MU69. Es ist allerdings so weit von der Sonne entfernt, dass es kein Licht reflektiert. Allerdings verdeckt es immer wieder Sterne und dabei wurde festgestellt, dass sie nicht einfach hell und wieder dunkler werden, sondern abgedunkelt werden, dann wieder etwas heller werden, dann wieder etwas dunkler und dann erst wieder endgültig hell. Ultima Thule muss also eine Form wie zwei aneinanderhängende Kugeln oder etwas ähnliches haben. Und so haben sich das die Grafiker vorgestellt. Und jetzt ist das Verrückte herausgekommen. Die damals vermutete Form ist exakt die echte. Es ist das erste Mal, dass ein Objekt entdeckt wurde, das aus solch zwei exakten Kugeln besteht. Und das erklärt auch ein Paradoxon von Ultima Thule. Als sich New Horizons nämlich jetzt näherte, stellte die Sonde etwas sehr seltsames fest. Ultima Thule machte etwas Unerwartetes. Statt wie bei unregelmäßigen Objekten Licht unregelmäßig zu reflektieren, passierte das nicht. Doch New Horizons konnte das Rätsel heute noch besser lösen. Ultima Thule dreht sich sehr speziell und rotiert wie ein Propeller, zeigt uns also immer dieselbe Seite. Und das von zwei Kugeln. Damit ist die Reflektion immer gleich. Damit ist das erste Rätsel jetzt noch besser gelöst. Es ist also in mancher Hinsicht eine Sensation. Ein solches Objekt in einer solchen Entfernung wurde noch nie aus der Nähe beobachtet. Und es hat eine absolut spektakuläre Form. Und es gibt schon eine Theorie, wie das Objekt entstanden sein könnte. Zahlreiche kleine eishaltige Objekte könnten zuerst umeinander gekreist sein. Und am Ende gab es die beiden großen Objekte, die dann aufeinander gefallen sind. Die Gravitation der beiden Objekte, obwohl sie mit ein paar Kilometern sehr klein sind, reicht aus, so das Forschungsteam, um sie einander zu binden. Genau so, so das Forschungsteam, kann man sich die Entstehung der ersten Planeten vorstellen. Ultima Thule ist damit quasi eine Zeitmaschine an den Anfang unseres Sonnensystems. Ein absoluter Glücksfall für die Forschung ist dieses spektakuläre Objekt. In der Pressekonferenz, die soeben zu Ende gegangen ist, hieß es, das wird unser Wissen revolutionieren. Und heute gibt es noch eine spektakuläre Videopremiere auf unserem englischen Kanal Fuel from CO2 – New Innovative Technology Makes Gasoline Climate Friendly. Dafür hier draufklicken und anschauen und natürlich abonnieren. See you soon! Stay tuned!